Euronics – Best of Electronics Mensch... Was ist da los? Ich weiß auch nicht, Mensch... Jetzt mach was! Da geht nix... Mensch... Der ist kaputt. Schatz, wir brauchen einen neuen Fernseher. Komm, wir gehen zu Euronics. Hallo! 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 Was darf ich Ihnen Gutes tun? Unser Fernseher hat seinen Geist aufgegeben. Wir brauchen unbedingt schnell einen neuen. Klar, da sind Sie bei mir richtig. Schau mal, Schatz. Der hier vorne sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Moment. Kommen Sie bitte mit. Ich mach's heute glücklich. Ich verschone Sie mit den ganzen technischen Details und passe in das Gerät kurz zusammen. Er schaut Fußball und sie muss auf Ihr Leben sein und nicht verzichten. Heute ganz wichtig, Sie haben Zugriff auf alle Internetportale. Optimale Schwarzwert bietet der Fernseher. 3D-Genuss. Und kurz gesagt, dynamisch, authentisch. Perfekt. Super. Ich schau nämlich viel Fußball. Das ist ja gut und recht. Aber unser letzter Fernseher ist nach drei Jahren kaputt gegangen. Da lohnt sich sowas doch gar nicht. Klar. Da haben Sie leider Pech gehabt. Ich empfehle Ihnen unser 5-Jahr-Geräteschutz. Wenn mal was passieren sollte, wird Ihr Gerät abgeholt, repariert, zurückgebracht. Auch bei Eigenverschuldung ist nichts verloren. Schatz, das hört sich doch gut an. Sich mal fünf Jahre keine Gedanken machen um ein neues Gerät. Alles nun mal zusammengefasst für Sie. Selbstverständlich liefern wir auch. Wird daheim aufgebaut. Sonderliste wird nach Ihrem Wunsch eingestellt. Und Sie kriegen daheim nochmal Fachgerechteanweisung. Schatz, den nehmen wir. Ja. Okay. Klicken Sie es ein. Euronics XXL Bodensee. Fachberatung. Service vor Ort. Immer für Sie da. Jederzeit bestellen unter euronics-bodensee.de Radio 3 6